so und da sind wir wieder auf diese auch gestorben so jetzt habe ich das ginyu sonderkommando in your force sagt noch mal wie die dps ist ja ständig connecten 6 3 1 4 3 mal sehen ob ich das ginyu sonderkommando auch so leicht weg der schwierigste wird die freezer oder aufnamek ja eigentlich schon weiter die fiecher kehren so ich habe jetzt 560 ke insgesamt ich werde jetzt ein loch in der erde meiner genki dama erstellen und dort werde ich ginyu das ginyu kommando einsetzen aber ich will bisschen größer reicht immer noch nicht ganz aber egal sag mal wie lang zieht sich der fahrt ziemlich lange hat mich eine folge immer gekostet wie viel hat der entwickler hier eingesetzt hier ist die ginyu force ist echt hart was der hier gemacht hat die hängen in der wand von dem typen gibt es auch naruto mod ginyu force ihr habt mich enttäuscht die wohnung vorlesen die vorst mit einem schlack weg herr wird sollten heißen hat noch gerade eistee getrunken kommt jetzt fließe oder wie dann schon ich habe gehört der mehrere formen also hier in dem spiel also werde ich den nicht so stark angreifen sonst ist er nachher sofort tot dann wirst du drauf gehen wenn er sofort tot ist in der ersten form kriege ich ja kein item mehr jubel dabei mein hand du siehst hässlich aus freezer weißt du hast du auch der planeten von meister kayo ne genki dama genutzt ja du arschkopf jetzt mal im ernst wieso der lebt doch noch alter wie chillig sieht der denn aus okay hier ist schon freezer dritte form ich kämpfe gegen freezer dritte form und er guckt sich nur um im nahkampf kann man die überhaupt nicht killen die kerle oh freezer vierte form also finale form aber dann kriegt er auch noch 100 prozent mit freezer kenne ich mich aus sag gerade so aus als hätte er keinen kopf mehr wo ich hasse wenn man durch eine kamehameha nach unten gezogen wird komm schon hol deine 100 prozent raus kann ich denn die kaioken einsetzen kaioken kann man so separat einsetzen neben der genki dama ach so geht nur wenn man nicht sei jinn ist wo jetzt mal auch mal angreifen der freezer aber der schießt nur noch hinten ich glaube der bläer und er lebt ja immer noch kann er auch mal irgendwann sterben freezer ja oh da hat er sich noch mal selbst weh getan wieso läfftest du schon wieder du kannst dich einfach töten und dann bist du tot freezer ich hab freezer getötet also der rest der ip war mensch 6 3 1 4 3 also freezer war eher so schwächlich und so und dann gehe ich mal zum planeten wie geht er falls man nichts mehr von freezer kriegt ich guck mal gerade in die items also ich hab hier nichts bekommen von dem kann ja auch heißen dass jetzt vorbei ist tech chip wofür sind die gut tue ich mir mal ein inventar sagt dazu was ne der sagt nichts zu diesem tech chip aber gucken wir uns jetzt mal den planeten wie geht er an ich glaube du willst nicht wissen wie der aussieht wieso hier sehen alle aus wie nappa mit happa aber bestimmt gut zum trainieren die greifen einen gar nicht automatisch an aber wenn sie angreifen dann haben sie schon einen hohen anliegen okay dann machen wir in der nächsten folge ne 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 letzte folge sein wird oder nicht wieso wir sind noch gar nicht fertig mit den sagen sicher ich habe freezer besiegt ja aber es geht noch weiter nein es geht nicht weiter guck doch hier auf planet wie geht da ist nichts mehr so und hier müssen wir uns dann verabschieden und wir sehen uns in der nächsten folge